Dann produziert Netflix mittlerweile Content wie am Fließband, sondern auch in der Türkei. Mit dem Netflix-Originalfilm Das Leben ist wie ein Stück Papier präsentiert uns der Streaming-Dienst ab dem 12. März ein bewegendes Sozialdrama über eine außergewöhnliche Freundschaft. Die Geschichte selbst beginnt in einem der ärmsten Viertel der türkischen Millionen-Metropole Istanbul, denn hier lebt und arbeitet Mehmet. Nachdem er in seiner Kindheit selbst am eigenen Leib erfahren musste, wie es sich anfühlt, ohne ein Dach über dem Kopf auf der Straße ums Überleben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017